Ja, und nach dem Raddreh, also zweiter Platz. Aber das tut nicht zur Sache. Wir mussten eben die Bahn nochmal wiederholen. Wir sind jetzt insgesamt zweiter. Und jetzt kommt die zweite Runde. Strecke, Runde, ganz fast. Und tschüss. Schaffe ich es mal eine Runde ohne einen, äh, ohne einen Steenmann zu fahren? Das ist die große Frage. Oh Mann, oh. Oh, zwei Wanderer, irgendwas. Jetzt weiter, ey, das finde ich so... Keine Ahnung. Dumm. Zack. Jetzt bin ich durch den Schema in Ordnung und Absicht gefahren. Wehe, ich werde IJZT. Mann. Du Schkennner bist der. Was war das denn? Irgendwie bekomm ich fast immer einen Stern. Komm schon. Letzte Runde. Ah, Dunkelkirchen ist rausgeflogen. Alter. Leckt das. Immer wieder ein Stern. Hey, ich bin erster. Oh mein Gott. Ich bin nur in ein Schema in Ordnung. Oh. Ja, wenn das so leckt. Was tun die es machen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Drei Punkte immerhin noch. Doki Kong hat mich wahrscheinlich jetzt überholt. Keine Ahnung, ob er er zweiter wurde letztes Mal. Ne, erster wurde er. Ach du Kacke. Ha. Oh. Hat mich Luigi fast überholt. Ne, doch nicht. Yoshi? Trotzdem ist Yoshi noch erster. Ne, zweiter. Ach, ich bin dritter. Schlecht. Ich habe eine goldene Trophäe. Jetzt will ich die nächste haben. Und dann nochmal, und dann nochmal. Und dann kommt extra. Na ja, nach einer Zeit wird irgendwie dieses Letztbild langweilig. Weil die schrecken sich wiederholen, nur auf einem anderen Schlecht. Und das kommt. Und. Na, jetzt aber. Hui. Ach ja, jetzt kommt die Zaungeschichte. Ach ne, ey, das kann doch nicht sein. Oh. Retrie? Hm? Fragezeichen? Fahre ich hier etwas langsamer jetzt? Uah. Weißt du? Woh. Noch einen sogar. Okay. Wah. Ach. Ich bin nicht runtergefallen im Moment. Wollen wir jetzt kommen? Wollen stehen. Oh Mann, da liegt mir das jetzt so. Was? 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 Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das leckt jetzt voll. Was ist das denn? Hey, Achterplatz und Rettung. Oh Mann, von mir aus kann ich null Punkte bekommen. Ist mir egal. Das gibt's doch nicht. Ich komme ja gleich voran hier. Nur wegen dem Zaun. Ich habe mich zweimal untergefallen. Oder öfter? Keine Ahnung. Ups. Alter, langsam nervt uns. Ich habe keine Schwierigkeit gehabt. Und es leckt die ganze Zeit durch. Das geht mir auch. Okay, es ist. Hm. 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 Wie viele Items habe ich bisher bekommen? Null. Mua. Alter, langsam reg mich. Es ist schon wie lang. Alter, langsam reg mich. Ich habe mich nicht. Bitte kein Retrie. Puh. Ein Punkt, das ist sauschlecht, aber ich freue mich trotzdem drüber. Denn ich... Na ja, Marker spiele irgendwie nicht mehr. Eher die Strecke. Ja, und damit... ...verabschiede ich mich auch gleich. Wir gucken noch und schauen die Punkte an. Ich bin dritter mit Luigi zusammen. Oh, die anderen haben alle null. Das ist ja schlecht. Das heißt... Ach du heilige Wurstel. Ich muss besser werden als Luigi. Nächste Runde. Bis dann. Bis dann. ële. Ich bin dritter mit. Bis dann trit-